Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es im Hintergrund. Heute bin ich nicht alleine, sondern der liebe Alphars wird dabei. Was geht? Was geht? Oh shit, Leute. Ihr seht schon... Was geht, ihr Weif? Was geht? Was geht? Wir werden die ganze Zeit angegriffen. Wo ist der Typ? Ja, Mann, lass den gleich fertig machen, den Typ, Mann. Okay, Leute, ihr seht es schon am Titel. Wir werden heute einfach mal unseren eigenen Drachen zählen und müssen uns jetzt erstmal so eine kleine Base bauen. Ich würde sagen, ihr seht schon, hier so zwei Striche führen dahin. Gehst du hier rein? Na, ich die nehm. Ja, nimm du die, nimm du die. Okay, ich nehm die. Dann musst du die andere nehmen. Oh, let's go. Dann nehm ich die andere. Denn, Leute, wir bauen heute direkt zwei Bases. Weil, ihr habt es gerade schon gesehen, der eine Typ greift uns die ganze Zeit an. Und wenn wir gleich mit zwei Leuten auf den drauf gehen, wird er keine Chance haben. Oh shit, ihr seht schon, die Nachbarn von uns. Oh, guck mal, man kriegt hier... Hey, guck mal, der fliegt. Da kommt einer zu dir. Er kommt zu dir. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe hier Schutz. Ich habe PvP-Schutz an. Okay, okay. Hä, er kann fliegen. Wie geil ist das denn, Leute? Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Let's go. Ihr seht schon, wir müssen jetzt hier wieder so kleine Förder... Oha, da kommen Dracheneier raus. Oh oh. Hast du das schon gebaut? Ja, eher, eher. Okay, Leute. Ich habe erst 20 Dollar. Oha, ich muss richtig lange warten. Ja, ich auch hier. Zack. Okay, jetzt habe ich insgesamt auch 10 Dollar. Das Ding ist, kann man hier irgendwie draufklicken, um das schneller zu machen? Ich weiß nicht. Das ist irgendwas für 50. Da steht 2 Barger. VIP-Upgrader steht da. Ah, der. Nur für VIP, Leute. Oh, okay, wir sind kein VIP. Heißt, wir müssen das Ganze mal... Wir probieren heute mal, nicht so viel für Robux auszugeben. Nein, wir können das kaufen für 150. Ja, aber für Robux halt ist es halt übel teuer. Hast du gekauft? Äh, nein. Ich sehe es doch. Nein, das ist anderes. Sicher? Das war für 30. Okay, okay, okay. Das können wir uns jetzt auch leisten, Leute. Da gehen wir auch mal drauf. Das Ding ist, wir müssen heute auf jeden Fall besser sein als Alf. Das ist die Hauptsie hier. Träum nicht. Träum nicht. Das wirst du noch sehen gleich. Ich bin Robux-Profi, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. So, anderen Spielern erlauben, hier reinzukommen. Haben wir auf Nein. Das bleibt doch so. Anderen Spielern erlauben, Kosmetika zu verwenden. Nein, okay. Wir müssen noch rausfinden, was es ist, Leute. Und erlauben Sie anderen Spielern, Waffen zu nehmen. Nein. Als ob ich erlaube, dass die Leute meine Waffen nehmen. Okay, aber es geht schon schneller. Oh, guck mal, wir haben schon 70 Dollar. Wie viel Geld hast du? 136. Ich mach dich fertig. Okay, krass. Okay, krass. Mit 140 kannst du die nächste Station holen, ne? Ja, die hole ich auch. Fenster auch nötig. Okay. Okay. Ja, Fenster brauchen wir erstmal nicht. Ich glaub, es ist schon schlau, Wände zu haben, damit die Gegner nicht reinkommen. Aber es ist erstmal wichtiger, dass wir schneller Geld verdienen, Leute. Guck mal, wie viel Geld ich jetzt mach. Oh, 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 oh. Ich mach jetzt, warte, 2 plus 2 Bar Geld. Oh, der eine gibt plus 8 und der neue gibt plus 15 Bar Geld. Oha, jetzt kriegen wir übertrieben. Du hast dasselbe, glaub ich. Ne, ich hab schon 3. Ne, ich hab auch schon 3. 3 Eier-Spointer. Oha, das ist auch 3. Ja, normal, natürlich. Oh, oh. Hä, das geht jetzt richtig schnell voran, Leute. Kann man den nicht für weiter upgraden, oder? Ich glaub, ah, ne, guck mal, auf der anderen Seite kannst du jetzt. Jetzt ist auf der anderen Seite freigeschaltet. Das kostet, wie teuer ist es? 250. Okay, die haben wir auch gleich ganz locker, Leute. Die hab ich schon. Hä, was? Junge, warum spuckst du mich an? Oh, ich seh's grad da hinten bei dir, das wird schon gebaut. Oh, 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 ich werd reich, ich werd reich. Ich hab's auch, ich hab's auch, ich hab's auch. Let's go. Abfahrt, Leute. Oha, das sieht schon viel krasser aus. Jetzt geht's einfach doppelt so schnell, aber, hä? Warte mal, äh... Ja, die Eier-Digger muss man auch noch kaufen. Ja, da kommen ja doch gar keine Eier raus. Die kosten 800, oder was? Oha, einer kostet 400, einer kostet 800. Junge, viel zu teuer. Das ist wirklich sehr, sehr teuer. Ja, ich mach schon mal Fenster. Hau ab, guck nicht mehr. Na, das sieht gut aus. Ah, hä, du machst nur vorne Fenster, oder? Das ist ja langweilig. Naja, Leute. Oh, das wird halt immer jetzt ein bisschen dauern. Da kann man leider nix gegen machen. Ey, nicht für euch Geld einkaufen, hallo? Nein, nein, hä, was? Warum denkst du, dass ich das mach? Nicht schon weg. So, holen wir hier mal. Zack, zack, so. Ja, hallo? Du bist grad aufhärtig, drin ist nicht. Warum? Ähm, ich weiß nicht. Ich baue grad hier ein bisschen meine Base aus. Deswegen, ich weiß ja nicht. Okay, okay. Guck mal, kannst du mal rübergucken, wie meine Base aussieht? Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Hast du dir fair erspielt, oder? Das hab ich mir fair erspielt. Kann ich dir irgendwie Geld klauen? Boah, warte mal. Ey, gib. Ey, weg, das ist mein Schwert. Du gehst hier weg. Geh wieder an deine Base, Alf. Oh, ich hab dein Geld. Hast du nicht, ich hab dein Geld. 700. Hey, wirklich? Ja. Nein. Spaß. Boah, ich komm gerade schon wieder zu dir, weil ich dein Geld klauen wollte. Ja, aber... Okay, zeig mal, was deine Base hier so macht. Meine Base kann doch gar nix. Boah, die sieht ja... Komm, ey, lass uns mal zusammen rüber zu dem Haus gehen von den Gegnern. Aber ich hab noch gar keine Waffe. Was denn? Ich brauch erst ne Waffe. Okay, okay, okay. Dann machen wir erstmal Waffen. Hey, warte mal. Der Gegner hat sein Haus verkauft. Wie? Hier da drüben ist alles leer. Guck mal. Lol, ist der weg vom Server? Der ist weg. Ey, das heißt, dass wir jetzt die krassesten hier sind. Und das heißt auch... Einer ist hier noch. Okay, einer ist da oben. Einer ist oben. Okay, jetzt sind wir die krassesten da. Aber weißt du, was das heißt? Was? Dass wir jetzt Gegner sind. Oh ja. Oh! Wir sind Geld nicht bekommen. Wie viel? Ach nix. Dank. Ich hab 300. Und du? Ein Dropper macht pro Eiwasser droppt 800. Oh, das ist ja krank, Leute. Also, ich hab grad 300 auf jeden Fall für erspielt. Ja, ich hab auch für erspielt. Ich weiß nicht, was du meinst. So, wir bauen auch mal Fenster. Komm. Aber ihr seht schon, Leute. Hier gibt's so eine kleine Vortritt-Tafel. Und wir sind einfach erst bei 15 von 263. Also, wir haben echt noch einiges vor uns. So, Fenster kann man noch kaufen. Die Frage ist aber, wie bekommen wir jetzt einen Drachen? Ich will unbedingt einen Drachen haben, mit dem wir... Es gibt noch mehrere Etagen und so. Keine Ahnung. Vielleicht kommen die woanders. Okay, Leute. Dann müssen wir erst noch ein bisschen weiter bauen. Weil Drachen wären schon krass. Wir brauchen auf jeden Fall Drachen. Das ist schon wichtig. Ja. Oh, jetzt hab ich auch so ein super Eisbord. Okay. Jetzt werde ich reich. Schaut krass aus hier. Ich sammle mein Geld nochmal ein. 2000. So, Erdlicht kaufen wir. Noch eine Wand kaufen wir. Fenster. Okay, ich baue gerade mal komplett eine Wand um alles drum herum bei mir. Ich glaube, sehr wichtig, dass du das haben möchtest. Wo hast du so viel Geld? Wirklich. Ich hab einmal am Anfang 50 Robots ausgegeben. Das ist nicht viel. 150 für VIP-Upgrade, oder? Nein, ich hab... Nein. Real Talk. Leute, ich schwör's dir, ne? Versprochen, ich hab mir das nicht gekauft. Ich bin nicht VIP. Hä? Wirklich nicht. Ich hab mir nur Geld gekauft. Einfach links beim Shop. Nur ein klein bisschen. Okay. Nur ein klein bisschen. Hey, warte, ich guck... Oha, 10.000, oder was? Ja, 10.000. Am Anfang, jetzt gerade verdiene ich 10.000 in einer Minute, Leute. Das geht gerade so schnell. Das ist krass. Okay, wir bauen hier noch weiter. Ich glaube, dann können wir die nächste Ebene bauen. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt noch eine Ebene weiter oben bauen, dann können wir noch viel, viel, viel schneller Geld verdienen. Neben uns! Okay, er hat sich wieder eingeloggt. Guck mal, mein Nachbar. Oha, er hat voll das Riesenhaus. Oha, er wird uns fertig machen. Der wird uns sowas von fertig machen. Wie viele Ebenen? Okay, ey, sollen wir mal zu dem gucken gehen? Hier läuft einer rum, macht ihn fertig. Du hast doch eine Waffe. Äh, warte, ich hab die noch nicht, ne? Wie bekommen wir das Erdschwert? Er kann das nicht nehmen aus seinem Automaten, ne? Nein, ich kann's nicht nehmen. Okay, Leute, wir müssen schauen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Aber ich kaufe mir wirklich jetzt nicht mehr. Oh, jetzt krieg ich auch ultra viel Geld. Treppenhaus. Ich kann mir ein Treppenhaus kaufen. Let's go. Zweite Ebene. Wie, schon? Ja, aber hier. Warte mal. Äh, was war das denn? Habt ihr das auch gesehen, Leute? Ey, da fliegt ein Drache. Guck mal, da fliegt jemand mit seinem Drachen. In der Mitte. Oh nein, als ob das geht. Da ist einer vor dir. Da ist einer bei dir am Haus. Ich weiß, der macht Auge. Äh. Was macht er da, Leute? Ich werde ihn gleich fertig machen. Ich kann Wasserboden kaufen. Was ist denn Wasserboden, Leute? Keine Ahnung. Okay, wir kaufen, wir holen mal weiter unser Geld. Ich hab Angst, wenn ich jetzt zu dir komme, weil ich würde dir helfen, aber dass die mich dann quasi umbringen und dann haben die mein Geld. Das wäre nicht so gut. Ah, ich glaube, das ist ein Zuschauer. Echt? Ja, Rosi Beste. Das ist ein Deutscher. So, warte, ich komme mal rüber. Warte, ich komme mal rüber. Warte, warte, warte. Ich hab ein paar meiner Freundesküste. Zweiter Boden. Ich habe die zweite Ebene gebaut. Oh yeah. Okay, let's go. Ich komme mal rüber. Ja, ich schau mal, wie es bei mir aussieht. Ähm, hallo? Ähm, hallo? Okay. Hey, ich kann einfach hier rein, wie cool. Aber gern kannst du nicht sehen, ne? Nein. Hä, warum ist dein Haus so wenig? Junge, ich gebe Mühe. Ah, jetzt. Guck mal, wie viel du jetzt bekommst, was da draufsteht. 100, 200. Äh, äh, mehr. Ich glaube, 500, ne? Ja, 500. Und der nächste gibt dir 800. Oha. Okay, aber ich gehe mal weiter. Okay, jetzt werde ich aufholen. Ich werde aufholen. Ich sag's dir. Komm mal mit mir. Lass mal rüber zum Nachbarn gehen. Okay. Komm mit mir, komm mit mir. Ich mache PvP jetzt aus. Äh, ähm, wie meinst du? In Einstellungen. Jetzt kann ich kämpfen, komm. Nein, ich will nicht kämpfen. Oh, vielleicht können wir Schwerter bei dem Klauen. Oh, da kommt ein Drache. Oh, oh. Okay, komm. Ey, wir müssen zurückziehen. Oh, guck mal an der Mitte. Wir müssen ihn besiegen. Aber wir brauchen Waffen. Wir haben gar keine Waffen. Oh, Alter. Oh. Er haut ab mit seinem Drachen. Ey, ich will seine Base. Guck mal da rein. Guck mal an den Laser. Oha, wie das aussieht. Guck mal. Kannst du da reingehen? Du hast doch PvP-Schutz. Kannst du reingehen? Nee, leider nicht. Oha. Boah, wie krass sieht sein Haus bitte aus. Ey, da musst du mich reinlassen, Mann. Weil wir könnten eigentlich Sachen von ihm nehmen. Warte, ich hole mal hier mein Geld. Oh, hier liegen einfach... Oh, guck mal, wie schnell den fertig macht. Guck mal, wie viel Leben der dem abzieht. Zeig mal. Oh. Und. Und besiegt. Oh mein Gott. Was, das Lootcase ist? Das ist ein Lootcase... Lol. Hat der was getroppt? Lootdrops, Lootdrops. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Nein, die Gegner haben... 1.500 Geld geben die. Was? Okay, ich komme. Leute, wir bekommen einfach einen übertrieben krassen Lootblock. Okay, was kann da drin sein? Wir probieren es aus. 500 Bargeld habe ich bekommen. Hier ist ein Roter. Was hat der Rote zu bedeuten? Ich mache ihn auf. Ich habe ein Robo-Gewehr bekommen. Wie? Was? Oh, warte mal. Ich mache PvP. Er will mich angreifen. Einer will mich angreifen. Oh oh. Alf, Hilfe! Äh, äh. No, er ist direkt hinter mir und er ist schneller als ich. Er kann mir gar nichts. Okay, passt auf, Leute. Wir gehen jetzt rein. So, ich bin drin. Jetzt machen wir den PvP-Modus aus. Und jetzt nur mit der Robo-Waffe. Oh, ich kann jetzt alles durchkaufen. Alles. Ich habe die Robo-Waffe. Ich schieße ihn ab. Oh oh, er kommt. Er ist bei mir. Ich glaube, jetzt bin ich unterreich. Hilfe! Er macht Zombies. Er hat Zombies gespawn. Alf! Zombies, hä? Er hat mich. Die Stadt kann man bitte werden. Oh mein Gott. Oh, jetzt kann ich auch ein Schwert hier nehmen bei mir. Und er hat einen Drachen. Leute, wir müssen auch einen Drachen haben. Es ist so wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall... Oha, ich habe ein Schwert. Komm her. Ja, warte, warte, warte. Wir müssen jetzt erstmal hier abchecken, Leute. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Förderer. Hey, guck mal, ich habe ein Erdschwert. Hattest du das auch? Zeig mal. Ja, das habe ich auch schon. Guck mal, was ich habe. Guck mal. Was ist das? Ey, du kannst schießen. Hör auf. Buh. Warte, ich will dich einmal treffen. Wie viel Schaden ich mache? Bleib stehen. Okay, mach. Bleib stehen. Oh, das ist ja voll lang. Ganz wenig, gar nichts. Leute, ich habe das aus dem Loot-Shop gerade eben bekommen. Wie viel mache ich dir? Oh, ich glaube genug. Bleib mal stehen. Hallo, ich habe nur einmal getestet. Warum hast du mich umgebracht? Ich will auf jeden Fall eintrachen. Wir müssen jetzt noch schaffen, eintrachen. Ich will einmal fliegen noch jetzt hier in der Runde. Und dann würde ich sagen, können wir das Video auch erstmal schon beenden. Das Ding, oh, guck mal, unser Nachbar, was der für ein Riesenhaus hat. Wasserei. Guck mal, wir bekommen ja die ganze Zeit diese Eier. Ja. Aber wie können wir daraus Drachen machen? Ich verstehe es nicht. Schwieriges Thema. Ich glaube hier VIP Mega Dragon Dropper für 200 Robots. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir kriegen die später, wenn wir nichts in der Tasche haben. Warte, sag mal leise. Ich glaube, hier jemand ist oben auf meinem Haus drauf. Wie? Oh oh. Irgendjemand ist oben? Oh, ich habe eine neue Waffe. Ich gehe hoch. Hast du das auch? Hier oben ist jemand. Jemand ist in meinem Haus. Er kommt rein. Als Hilfe. Ich will auch. Ja, Mann. Hilfe. Er hat Zombies gespawnt. Ey, diese Waffe macht gar keinen Schaden, Leute. Was macht er hier bei mir im Haus? Mann, er kam zu mir und hat mich umgebracht. Hey, ich gehe jetzt auch in dein Haus. Ich kann einbrechen. Ja, jeder kann einbrechen. Hehe, noob. Ich dachte, wir werden Freunde, Mann. Nein. Hey, Leute, Alphastein. So ein 31er. Warte ab. Hehe. Warte ab. Doch hier, bam. Wir kaufen jetzt mehr. Mehr davon, Leute. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Damit wir mehr Geld bekommen. Oh oh. Jetzt habe ich mir irgendwas gekauft. Wow, was ist das denn? Das sieht sehr geil aus. Zack, Leute. Und wir können das nächste kaufen. Ich bin mal gespannt. Hast du schon eine zweite Ebene? Äh, ja, ich glaube schon. Äh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ey, wenn du kämpfen willst, wenn du kämpfen willst. Hallo, raus, geh raus, du bist mal raus. Alph. Wo ist deine Waffen hier? Wo ist dein Shop? Die haben keinen Shop. Hey, guck mir mal. Was hast du hier für Waffen? Hey, bist du dumm? Du hast hier noch gar nicht freigeschaltet. Guck mal. Du kannst so nix freischalten. Oh, zeig mal. Oh, zeig mal. Den kannst du... Hey, dich anreifen. Du wirst sehen, du wirst sehen. Ah, ah, ah. Ich los. Ah, mal los. Was ist? Oh, jetzt habe ich dich. Oh mein Gott. Warum? Was war das gerade, Leute? Wir waren im Boden verpackt. Aber Greifhaken. Oh, ha. Ich kann mich damit sogar ranziehen. Okay, das ist geil. Aber jetzt auch Treppenhaus. Jetzt habe ich gewonnen. Ja, wie langweilig. Ich habe schon längst oben die zweite. Das haben wir hier. Reinigungs-Upgrader. 40.000 kostet der. Okay, wir gehen nochmal kurz nach unten. Ich glaube, dann kriegt man noch geilere Waffen, wenn man erstmal oben Specialer weiter ist. Wir gehen jetzt nochmal nach oben und holen uns den nächsten. Bam, Leute. 40.000 kostet er. 3.000 Bar Geld pro Ei. Oh mein Gott. Ich habe jetzt 2.000. Dampf-Trocken-Upgrader. Was bringt der denn? Okay, warte, warte, warte. Wir sammeln nochmal Geld. Oh mein Gott. Wir kriegen so... Ey, ich kriege so schnell Geld. Das ist ja nicht mehr normal. Oh mein Gott. Unfair, unfair. Ne, nicht unfair. Alter, einmal kurz drauf gehen, wieder 5.000 mehr. Oh mein Gott. Leute, es schmeckt. Zack, holen wir nochmal mit. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal nach oben. Okay, das nächste, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall noch eine bessere Waffe zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sieht aus wie eine Waschanlage für die Eier, was ich hier gerade habe. Und da hinten, ihr seht schon. Ja, Mann. Morph. Morph. Man kann irgendwas morphen. Wenn man sich in den Drachen verwandeln kann, das wäre krass. Wir probieren es direkt aus. Gib mir dein Geld. Hinter dir, hinter dir ist noch einer. Ich kann mich morfen. Ich kann mich morfen. Oh mein Gott. Geh weg. Mach den fertig, den Spieler. Oh mein Gott. Guck mal. Guck mal, was ich bin. Ich brauche. Ah. Der Zombie. Ich muss abhauen. Ich werde es nicht schaffen. Bist du tot? Nein. Drück mal, dass jeder deine Dings benutzen kann. Drück mal alles auf Ja. Okay, warte. Ich erlaube es direkt. Eine Sekunde. Ich kaufe kurz noch hier. Ach, du bist der Drache hier. Lol. Anderen Spieler erlauben. Was soll ich dir erlauben? Was möcht ich an, ne? Mach mal alles, ja? Jetzt. Nein, du darfst nicht. Danke, Klau. Guck mal. Danke. Danke, Bruder. Du bist der Beste. Ey. Ey, ne, ne, ne. Danke, Mann. Junge. Jetzt nehme ich doch deine Waffen mit und dann gehe ich wieder. Ey, wen willst du denn verarschen? Du bist der Beste. Aber weißt du was? Ich gönne es dir. Danke, Mann. Guck mal, guck mal. Nochmal, Morph. Was kommt jetzt? Warte, kann ich dir doch Geld nehmen? Bitte, 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 bitte. Nein, kannst du nicht. Oh mein Gott, guck mal. Guck mal. Danke, was? Guck mal, meine Rüstung. Ach so, du bist jetzt ein... Ne, was ist das? Boah, krank. Voller Panzer. Drück mal überall, ja, bitte. Nein, ich habe wieder nein gedrückt. Bitte, ich will nur kurz probieren. Du kriegst nicht mein Geld. Bro, bitte, nur einmal. Nein. Also, viel Geld. Okay, warte, warte, komm. Ich erlaub dir alles. Mach mal einmal, ja, ja, ja. Ich vertraue dir, weil du bist ein Freund. Hey, geht's? Hä? Ja, es hat geklappt. Ja, Mann, du bist der Beste, Mann. Ciao, ne? Hä, aber warte, dann bau wenigstens hier oben bei mir weiter. Ey, bleib still, ich schieße die ab. Es ist mir egal, wenn du mein Geld taust. Bro, du kommst in meine Beste rein. Wie gesagt, ey. Junge, Alf. Was soll das, Mann? Jetzt bin ich ein Drache, nice. Okay, warte mal ab, warte mal ab. Das gibt Rache. Das, ich werde dich zerstören, glaub es mir. Ich dachte, wir waren Freunde, aber wir sind keine Freunde. Du beklaust mich und hast mich jetzt schon dreimal oder so umgebracht. Träum dich. Aber, aber in die Jungs, Leute, gönnt euch mal, ich verdiene gerade so schnell so viel Geld. Hab Spaß mit deinem paar tausend Euro, das ist mir doch egal. Leute, wir bauen jetzt unsere Base aus. Und ich würde sagen, das war es dann auch mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch noch mal. Wir machen noch einen zweiten Teil und wir werden es Alf heimzahlen, Leute. Wir werden, wir haben ja auch noch gar nicht geschafft, einen Drachen zu haben. Du wirst noch sehen, du brauchst hier gar nicht äh äh sagen. Also, Leute, lasst euch noch mal nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall gerne bei Alf vorbei und schaltet morgen wieder ein, weil da werden wir Alf komplett zerstören. Und ihr werdet sehen, Leute. Bis morgen. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.